Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Oh, fangen wir schon an? Ja, hallo! Wir fangen schon an. Carly sitzt an der Maus und wir wissen gar nicht mehr, wo wir waren. An meiner neuen Maus. Und ich muss mich gerade erst mal dran gewöhnen. Weil die ist entschieden größer als die alte Maus. Wie war das hier? Das stimmt. Für mein Handy sind nix. Es ist tatsächlich eine Umgewöhnung. Lauf. Waren wir hier? Ich weiß es nicht. Oh, da kommt jetzt dieses komische Vieh wieder. Nee. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Und ich siehst schon in die Richtung. Das sieht doch ganz gut aus. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das? Warte, warte, drehe ich mal um. Ich glaube es ist schon die Ecke. Ja, was machst du denn? Ich hab's viel. Huuhu! Na, beller kommts von da. Hm? What the f**k? Ist aber alles gut. Alles gut, alles safe. Es bleibt da. Sobald du genug Abstand zählst, bleibt es da. Was ist das? Das ist ein riesiger Wildschwein. So ein Wildschwein. Aus Holz. Oder Stein. Es grunzt auch. Kann ich hier weiter? Ja, ich denke, du musst dann lieber da weiter. Oh Gott, ich hab mich erschrocken. Wie uns beide. Mit Herz. Einmal BMI kreischen, bitte. Wer macht denn hier Musik? Die Berliner Philharmoniker? Sind wir falsch abgebogen? Wie sieht es doch gut aus, oder? Ich weiß noch nicht. Oh Gott. Ach, jetzt sind wir hier oben. Okay. Ist ja ziemlich interessant. Ja, ja. Ja, ja. Dangerous. Das finde ich ganz lustig. Ich meine, er hat da noch die Folie drauf, mein Neuer. Stimmt da? Ja, ja. Ist irritiert. Ach, ist alles gut. Oh Gott, da läuft es. Ja, es läuft doch nur. Oh Gott, oh Gott. Es tut doch nichts. Das finde ich ja ein wenig erschreckend. Da fand ich dieses andere komische Viech viel schlimmer. Oh Gott, ist das riesig. Ich kann es umbringen. Wir müssen aber da irgendwann noch mal hin. Ich glaube, wir umgehen das jetzt gerade nur. Ja. Das ist auch gut so. Und da geste din. Da verstehe ich mir meinen Namen. Guck wohl nach unten. Ne. Oh Gott, was macht das denn? Die hast aber auch gehört. Ja? ね fundo. Ja, ja. Danke, danke. Danke, Anke. Tja, die Frage ist... Doch, geh mal. Es macht ja nichts. Solange du dann schnell genug wegrennst, ist alles gut. Jetzt beobachtet es sich noch? Ich glaube, es beobachtet uns noch. Wo ist es denn? Da steht es. Warte! Aber bis zu dem Haus müsstest du. Komm. Ich muss ja sagen, es sieht ein bisschen aus wie ein Scarabee aus. Es sieht schon süß aus. Ja, komm, das ist geil. Der tut nichts. Guck mal, das ist das Hausschwein. Hat ja jeder in so einer Familie auch mal so ein Hausschwein. Jetzt kommt noch eine Richtung her. Doch, da ist was. Ja, ich sehe nicht. Ähm, ja. Texer. Das Wildschwein. Ah! Geschichten der Dorfbewohner. Der arme Teufel. Ich kenne ihn aus den Geschichten. Serimle. Nennen wir den so? Serimle? Ja. Der verrückt wurde, weil er jede Nacht von den hungrigen Kriegern von Valhall... Kommt's näher? Wie schneller. ...gebraten und gegessen wurde. Seine Flucht scheint ein sehr schlechtes Omen. Was sollen die Gefallenen jetzt verspeisen? Wollte mich nachts an ihn heranpürschen, um zu sehen, ob die Legenden wahr sind. Die Bestie schlief tief und fest, also habe ich mein Messer gezückt. Herrliches, blutiges Fleisch fiel von ihm ab. Ist das eklig, ey. Muss ganz frisch gegessen werden. Denn langes Warten verwandelt das Fleisch zu Rinde. Ah! Also doch Holz. Der Geschmack ist besser, als ich es gewohnt bin, aber es lässt sich... Besser? Ja. Aber es lässt sich am nächsten Morgen nur schwer ausschneiden. Werd vielleicht Erik anbieten, etwas davon mit ihm zu teilen, wenn ihn sein Weg das nächste Mal zu mir führt. Die Götter wissen, dass er schon lange ein schweres Leben führt, seit die Abmachung getroffen wurde. Auch er ist eine arme Kreatur. Arme Sau. Gepärder Ding. Deckste. Der siebte Vater. Andere Geschichten. Guten Abend, Väterchen. Hast du ein Zimmer für die Nacht für mich? Was auch immer das zu sagen hat. So. Sehr, 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 sehr. Immer weg. Tschüss. Das arme Schwein. Warum essen die das denn jede Nacht? Weil sie Hunger haben und McDonalds gab es noch nicht. Ach guck mal, jetzt sind wir hier, wo wir vorhin hinwollten. Tatsächlich. Bei der letzten Aufnahme. Irgendwann mal. Wackelst du denn? Bestimmt wegen der fehlenden Stufen da. Stufen. Na ja, ihr wisst. Bretter. Das ist aber schon cool gemacht, dass wir erst unten langläufen und dann oben. Ja. Aber wir sind richtig, das finde ich gut. Sohnemann. Wie hieß er denn schon wieder? Irgendwas mit E. Ich glaube, das sage ich jedes Mal. Jedes Mal vergessen wir es. Wir sind so schlechte Mütter. Was du? Egal was du tust. Bleib nicht stehen. Bitte. Hier, hier, hier. Ja, hier. Was war da an der Rand? Was zum... Das ist ein riesiges Auge. Was zum Geil ist das? Mit Horn, mit Horn. Das ist ein ganzes Tier. Wieso? Wieso? Das ist ein Rindel? Gehörst du noch näher? Sauron ist das, Mensch. Sauron. Keiner braucht nichts. Oh Gott, ist das eklig. Wasser. Das ist auch eklig. Ja, das hat man gelernt. Ja, ja, die nordischen Mythen, du. Die sind schon ganz schön gruselig, oder? Oh Gott, ey. Aus deinen Kindern darfst du von so einem Mythen nicht viel erzählen. Oh Gott, das ist furchtbar. Wie meinst du... Das geile Horn da vorne drin? Ich weiß noch, ob ich heute Nacht wieder träume. Ey. Herzlichen Dank für meine sehr... Gesundheit. Für meine sehr, äh... Lebendigen Träume. Lebendigen Träume. Hm? Bist du's? Bist du's? Oh Gott! Was zum Geier? Lieben die sich? Was soll ich dich da dran vorbeilaufen? Nein, gehst du wohl! Ich will da hingucken. Nein! Nicht da dran vorbeilaufen. Leise, leise, leise. Den kennen wir ja nun schon. Komm her. Nein, 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 nein! Es läuft nicht! Eine Errungenschaft mehr. Ja? Christian Blood. Den Troll kennen wir auch schon. Der ist wenigstens langsam. Nee. War der nicht gerade. Naja, aber am Anfang... Und was soll ich denn jetzt machen? Renn an ihm vorbei. Wie du schon vorhattest am Anfang. Ich wollte es nur erstmal probieren. Wo er noch abgeleckt ist. Ja, wo er noch abgeleckt ist. Genau. Richtig, richtig, richtig. Oh, nein, 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 nein. Ein Troll frisst den anderen? Oder was geht er ab? Jetzt schon so? Rennen? Renn an ihm vorbei. Renn an ihm vorbei. Lauf durch. Renn an ihm vorbei. Ich hole mich. Ich hole mich. Ich hole mich. Fock. Doch, doch. Alles fuckt. Lauf! Schlappe! Lauf! Schlappe! Lauf! War der dich schon? Ich weiß es nicht! Ich laube einfach! Oh, es wackelt! Fuck! Nein! 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 Vielleicht hätte ich die Taschenkampe ausmachen sollen. Errugenschaft Among the Sleep! Kennt ihr doch das Spiel, das haben wir auch mal gespielt. Das war auch toll. Wir müssen leise sein. Vielleicht musst du dich hinter den Steinen schleichen und dann leise. Wie schleiche ich denn? Nein, nicht schleichen. Hinter den Steinen rennen, so wie du es gemacht hast? Was? Ich mach erst mal... Nein, aus. Nein, das Blatt! Wann kann ich denn... Nein, kannst du nicht. Aber halt nicht rennen. Also, bist du im Stein und dahinter, ab da dann leise. Also, gucken, was dann passiert. Achso, okay. Sorry, lege ich auf deinem Kabel. Nein, nein, alles gut. Ich hab mich gerade draufgelegt. Sag mal, stopp, welchen Stein du denn meinst, ja? Ja, weiter, weiter, weiter. Den hier. Da bist du so rechts dran vorbei. Nein, leise, leise, leise. Tschüss. Tschüss. Der riecht mich doch, oder was? Ein kleiner Geräusch machen, alles gut. Bis hier ist alles safe. Oh Gott! Geh weg! Du stinkst! Genau wie dein Boot treiben! Alles gut! Jetzt leise hinterher! Warte, warte, dass das... Wohin geht! Es steht ja irgendwie quasi auf unserer Brücke! Ja? Warte mal, da jetzt... Die Gartenpreise sind wieder gestiegen. Riecht der aus? Warte, warte, warte! Wo geht der hin? Du musst gucken, wo er hingeht! Okay, okay! Sieht gut aus. Guck, jetzt hin? Dahin, 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 dahin. Du bist da oben rum. Du kannst da oben rum. Sieht der mich? Ich glaube, der hört dich eher. Ich glaube, mir war so, als würde der schlecht sehen. Okay. Nein, warte. Nein, das ist gut. Geh hinterher. Mir ist so, als würde der schlecht sehen, aber total gut hören. Sie sagts ja nicht umsonst, dass man leise sein muss. Der knarrt auch noch, ne? Sei leise, Bitch. Nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Nein, gar nicht gut. FUCK! Nein! Scheiße! Vielleicht muss man noch warten. Tatsächlich knarrt der Baumstamm. Oder muss man schon vorher drüber sein, wo er noch hinter dem Felsen ist? Ich weiß es doch nicht. Ein Rätsel nach dem anderen, an dem wir hier scheitern. Scheißspielen. Gar nicht. Also weglaufen kann ich ihm definitiv nicht. Nee, nee. Nee, 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 nee. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht versuche ich es doch noch. Sobald er ihn runtergestürzt hat, ist es hier laut. Dann hört er dich, wenn du hier läufst. Jetzt hast du keinen Knacken mehr. Oder hätte man jetzt bei dem Knacken auch noch darüber laufen müssen? Oh Gott. Oh Gott, wieso kommt der nicht her? Oh Gott. Komm auf. Komm. Komm mal rein. Okay. So lecture die Weiß dass habt ihr kurz ist. Komm schön sein. Ich renne jetzt, ich renne jetzt. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ich renne jetzt. Er sieht sehr gut aus. Ich gehf Gummi, ich halte nicht an. Nein. Egal, was jetzt kommt, ich halte nicht an. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Holiboli. Holiboli. Ich halte nicht an. Ja, hier passt er ja nicht mehr durch. Okay, alles klar. Geschafft! Gib mir den Speicherstein! Ja! Jawoll! So. Ja, ne? War die Folge auch vorbei. Was ist denn hier? Guck mal, jetzt können wir wieder Licht machen. Nix. Wie ein Feuer, auf dem wir uns verbrannt haben. Hä? Oh. Da freuen wir mich ja schon drauf. Hä? Okay. Hä? Creepy. Eine Minute habe ich noch. Ja, ja, mach mal. Ganz in Ruhe. Wir werden jetzt auch unseren Sohnemann finden. Ich höre was. Was? Was? Oh! Ist der irgendwo unter uns, ne? Ich würde fast sagen, über uns. Lauf noch ein Stück bitte. Dieser Mond. Oh Gott. Ich hole mich. Oh. Bisschen mutig. Aber es war beim letzten Mal schon so, dass immer Stimmen nicht so und Schritte hinter uns waren. Das ist ja gefühlt irgendwie Teil des Spiels. Ja. Für mich schon immer. Für dich wenigstens auch seit neuestem. Das beruhigt mich. Ja, da lässt uns hier eine ein. Oh. Oh. Anger Management. Was habe ich getan? Die Mode angeguckt. Oh Gott. So. Perfekte Stelle. Um zu beenden. Du darfst in der nächsten Folge.